Nicht nur die Big Five üben täglich eine riesige Faszination auf uns auf, sondern auch die kleinen Wunder, die uns täglich auf unseren Game Drives und Game Walks begegnen, faszinieren uns immer wieder aufs Neue. Und dann natürlich die wunderbaren Momente, die wir mit unseren Freunden beim Sundowner verbringen. Dann nämlich ist der Himmel zum Greifen nah.